Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight heute mit dem wunderschönen Doktor. Wir haben nämlich eine Daily zu erfüllen mit ihm. Jawohl, das haben wir. Ich sehe gerade, ich habe keine brutale Stärke mit. Das finde ich doch jetzt gerade sehr schade. Und wir haben Nöd mit. Ich hatte tatsächlich nichts anderes Interessantes. Deswegen haben wir Nöd mitgenommen. Hä? Warum? 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 Nein! Ich schaff's nicht! Ich schaff's nicht! Ich schaff's nicht! Ich wurde geteabackt! Hier ist auch ein lustiger kleiner Kerl. Warum treffe ich den nicht? Geht doch! War das hart im Nehmen? War das etwa hart im Nehmen? Ich weiß es nicht. So, den nehmen wir auf jeden Fall mit nach unten. Also das ist auf jeden Fall schnuckeliges Kerlchen. Den habe ich richtig lieb. Den werde ich auf jeden Fall richtig schnell lieb haben. Bitte schön! Nur für dich! Ich schreie so viel du möchtest. Ach, sowas einfach nicht ernst nehmen. Will jemand für mich schreien? Da hinten vielleicht? Ah, guck mal! So. Ich will eigentlich sie. Ich möchte sie. Ich kämpere. Also ich will ja nicht tunneln. Nicht wahre. Komm her, Mäuschen! So! Da haben wir dich doch! Dich nehmen wir auch mit. Ich wollte den anderen jetzt einfach nochmal schlagen, damit er jetzt ein bisschen Zeit braucht, sich davon zu erholen. Bitte schön! Danke schön! So, wo sind die? Ich habe keinen... Ähm... Sag mal schnell. Barbecue und Chili habe ich leider nicht mit. Das ist wirklich sehr schade. Ich habe ihn hier irgendwo heilen hören. Leider keine Ahnung, wo der hingegangen ist. Er hat sich geheilt. Ah, guck mal! Oha, so weit. So weit weg. Und sie fängt an zu schreien. Was macht die da? Warum habe ich dich jetzt wieder nicht getroffen? Das gibt es doch nicht. Süße! Nicht mit mir! Komm her! Mäuschen! Verreicht! So! Dich nehmen wir mit! Uch! Hammer's! Was ist das? Okay, alles klar! Super interessant! Läuft bei ihm! Läuft bei ihm auf jeden Fall! Erfassen Entscheidungsschlag! Verkackt! Oh, mein Liebster ist es verkackt! Das tut mir aber leid! Kom her! Kom her! Kom her! Ah, okay. Gut. Ich hätte ihn eigentlich jetzt einfach nur schlagen wollen. Oh, oh. Ich glaube, hier ist jemand. Ah, ist hier. Alles klar. Läuft bei dir, mein Freund. Echt, also das ist ein richtiger lustiger Kauz. Das ist auf jeden Fall ein richtig lustiger. Ah ja, der hat, nee, ich vergaß. So, dich will ich auf jeden Fall. Also, wenn ich dich nicht aufhänge, wenn ich dich nicht töte, weiß ich auch nicht. Dann bin ich ein schlechter Spieler. Nein. Das Timing war jetzt wirklich sehr gut. Das Timing war jetzt wirklich hervorragend. Ein besseres Timing kann man noch gar nicht haben. Oh, was ist das für eine Runde hier? Ja, ich das... Oh, er hat es doch nicht verkackt. Er hat es doch nicht verkackt vorhin. Oh, Uppsala. Ich dachte, er würde dich holen. Mein Fehler. Da hinten läuft er entlang. Da ist er ja. Nein, ich möchte ihn. Komm her. Mein Täubchen. Wow, hier ist ja gar keine Palette mehr. Hier ist ja gar keine Palette mehr. Krass. Wow, okay. Das tut mir leid. Heftig. Eigentlich, ich meine, eigentlich wäre da sonst immer eine Palette gewesen. Krass. Krass, 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 krass. Okay. Ja, interessant. Machen die den Generator dort hinten? Ja, nein, vielleicht. Da hinten machen die den. Ähm, ich darf nicht vergessen, dass er Dead Hard hat. Hm. Weg mit dir. So. Du. Tut mir leid, mein Freund, aber du hast so kacke gespielt. Also im Sinne von, ähm, Teabag und so. Ne, das macht man nicht. Nochmal. Und Leute, das schafft man auch ohne Tunneln und ohne Kämpfen. Also von daher. Merkt euch das. Oh, da hinten ist, glaube ich, jemand. Weggelaufen. Oh. Oh, lol. Da habe ich daneben geschlagen. Oh, ich hab doch geschlagen. Ich hab doch geschlagen. Ich hab doch geschlagen. Das gibt es doch nicht. Okay, der Doktor kann schon echt eklig sein. Lol. Dann nehm ich halt dich. Mach dir einfach knallhart den Generator weiter. Haben wir sonst nichts zu tun hier, ne? Komm her. Komm her. Scheiße. Wobei, ich hab ihn noch nicht mal verarscht. Er ist einfach in die falsche Richtung gelaufen. Ich meine, er ist jetzt auch tot. Okay, da hinten haben wir einen Ausgang. Den nehmen wir nicht. Ja, der kämpft auch schon gar nicht mehr. Der kämpft schon gar nicht mehr. Der hat die Schnauze voll. Bitteschön. Dankeschön. Da hat er dann den Generator fertig gemacht. Oh, der Doktor macht Spaß. Oh, die ist ja noch verletzt. Die ist ja noch verletzt. Lol, die ist ja noch verletzt. Das geht bitte gar nicht. Jetzt wäre natürlich Barbie Kuntili ganz praktisch. Ist die tot? Scheiße. Komm, sammeln ein paar Punkte ein. Ich mag es ja nicht, wenn die da die ganze Zeit also wenn ich die jetzt die ganze Zeit hätte liegen lassen. Wobei, wäre es der andere gewesen? Der Dwight, der mich Nein, wobei der jetzt auch nicht gemacht hat. Oh, war da jemand? Das ist so langweilig. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ah, okay. Er hat die Luke bekommen. Ja, es war eine coole Runde. Die Runde hat echt viel Spaß gemacht muss ich sagen. Die war die war sehr, 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 sehr geil. Am Anfang wurde ich doch ziemlich hart verarscht aber ist in Ordnung. Hat er ja ganz gut gemacht. Aber trotzdem habe ich ihn am Ende bekommen. So. Wer ist denn das überhaupt? Was war der hier? Aus Italien. Das ist so ein richtig cooler Dude. Okay, alles klar. So, war eine schöne Runde. Hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht, ja. Hätte ich nicht gedacht. Vielleicht sollte ich den mal öfter spielen. Sollen wir mal Mori mitnehmen? Habe ich denn hier... Guck mal, ich habe einfach gar nichts mit ihm, habe ich das Gefühl. Seht ihr, was soll ich denn nehmen? Flüster, also Whispers. Ich habe es jetzt übrigens auf Englisch eingestellt, damit ich nicht immer Frozen Stream bekomme. Erlöschenes Licht habe ich nicht. Also Dying Light habe ich nicht. Ich glaube, ich lasse es so mit Nöte. Oh Gott, die haben aber viele Spielstunden. Egal. Wobei, warte mal. Komm, wir nehmen mal das hier mit. Ein Mori nehmen wir mit. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Auf eins. Bringt mir das... Bringt mir das was oder bringt mir das nichts? Fragen über Fragen. Wir probieren es einfach mal. Lassen wir uns doch überraschen. Ich glaube, bei ihm kommt es auch tatsächlich auf die Map an. Die haben die Palette nicht so oft benutzt. Die sind doch ziemlich stark außerhalb gelaufen. Ich hätte jetzt auch ein rotes Mori mitnehmen können, aber brauche ich nicht. Dying Light hätte ich jetzt gerne gehabt. Aber habe ich nicht auf ihn. Vielleicht sollte ich ihn tatsächlich mal hochleveln. Oder Prestigen sogar. Ja. Also ich finde, wenn der wirklich gut gespielt wird, ich weiß nicht, wie man ihn wirklich gut spielt, ehrlich gesagt. Ich habe mich auch noch nie wirklich für ihn interessiert. Ich spiele ihn auch jetzt wirklich nur, weil ich die Daily habe. Aber es kann... Also ich meine, du sollst die Survivor am besten immer in den Schock versetzen. Also damit sie die Palette oder das Fenster zum Beispiel nicht nehmen können und dann direkt draufschlagen. So habe ich das jedenfalls bei Twitchern gesehen, bei YouTubern. Also auf jeden Fall auf anderen Kanälen. Und... Ja. Das versuche ich auch. Ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie ich den einen die ganze Zeit nicht bekommen konnte. Das war ganz komisch. Also ganz am Anfang. Aber er war ja der Erste, der gestorben ist. Also von daher... Was soll's? Oh, ich glaube, hier wird es... Hier könnte es tatsächlich sehr schwierig werden. Aber ich weiß nicht. Ja, super Anfang. Super Start. So, das wollte ich eigentlich machen. Ach, guck mal. Komm her. Mäuschen. Das war zu spät. Ich glaube, er wusste nicht, von welcher Seite ich komme. Oh, ich hätte mich in die andere Richtung umdrehen sollen. Da ist ein Fenster. Aber warum... Warum ist es jetzt die mit... Okay. Ich dachte, sie hätte der Tat dabei. Ja, sie schafft es auf jeden Fall. Also sie hätte mich jetzt gewundert, wenn sie es nicht geschafft hätte. Oh, Sprint Boost. Oh, was? Oh, lol. Da. Da. Da ist sie. Es dauert alles viel zu lang. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich weiß, dass sie nach rechts gegangen ist, aber es wird viel zu lange dauern. Das wird viel zu lange dauern. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der Tat. Oh, ich wusste es. Ich wollte noch nicht schlagen. Ich wollte noch nicht schlagen und ich habe es trotzdem getan. Oh, was? 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 Nee, komm. Ah. Oh, Mann. Das gibt es doch nicht. Ey, Leute. Ohne Witz. Ich habe doch was drauf gehalten. Lampe? Nein. Hammerhart. Ich habe einfach so jetzt drauf gehalten bei dem letzten Mal. Ah. Ja gut, der geht jetzt auf jeden Fall ins Haus. Ich glaube, ich spiele hier nur mit, keine Ahnung, was für Leuten. Oh, komm, Süße. Ich will sie jetzt nicht aufhängen. Das mache ich nicht. Ich habe sie gerade eben erst geholt. Oh. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ah. Ja, was ist das? Was ist das? Da ist sie! Oh, ich hab sie verloren. Ich hab sie verloren. Was rennen die jetzt alle hier her? Hin und her. Ich raffe es nicht. Warum machen die das? Warum gehen die nicht einfach raus? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ähm, mein Fehler. Wow. 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 Jetzt bin ich gespannt, ob ich geblockt werde. Nein, doch nicht. Werde ich nicht. Okay. Immerhin etwas. Was? Mein Gott. Eddie sprintet aber auch mit Sprintbus davon. Ich ostrich was. Ich würde sie nicht. Ah! Noooooooooooo! Noooo! 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 Oh, Dead Hard. Ich liebe ja Dead Hard, ne? Ich liebe ja Dead Hard. Ich liebe Dead Hard. Ah, ich glaube, jetzt ist sie einmal stecken geblieben. Ja, ich habe zwar Mori mit, aber... Ich will das jetzt nicht einsetzen. Ist in Ordnung, die haben gut gespielt. Ich will dich doch zum Ausgang bringen. Ich will dich doch zum Ausgang bringen. Geh doch mal bitte einfach. Dankeschön. Geh doch bitte. Leute, geht doch. Och, ich hasse sowas, ne? Ja, haben die auf jeden Fall gut gespielt. Ich habe so oft daneben geschlagen. Jetzt, ähm, vorhin. Oh, das war richtig krass. Ich glaube, die haben einfach die ganze, ähm, 360 gemacht. Deswegen habe ich die nicht bekommen. Ah. Das ist halt schon ekelhaft. Das, was du jetzt auch machst, ist auch echt scheiße. Das ist jetzt echt scheiße. Den würde ich jetzt gerne bekommen, sage ich euch, ne? Den würde ich jetzt wirklich gerne bekommen. Dann macht er noch ein Totem, ah. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ach, ich habe meine Katze gerade erschreckt. Erschrocken. Erschreckt. Nicht erschrocken. Ich habe zwar Mori gehabt, aber wie gesagt, wenn, ähm, wenn sowieso, ähm, wenn die sowieso jetzt schon so gut spielen, dann lasse ich es sein. Dann bringt mir das Mori jetzt auch nichts. Ach, ich muss mir die später nochmal anschauen. Ähm, war auf jeden Fall, äh, sehr hässlich. Wobei, also für mich jetzt die Runde, ich spiele jetzt noch eine Runde, weil die jetzt war jetzt eine absolute Katastrophe. Ähm, wobei ich jetzt die noch nicht mal so schlimm fand, wie die Runde davor mit dem Teaback. Die haben ja nicht geteabackt oder sonstiges gemacht. Von daher ist das schon, ach, guck mal, ne, nicht live. Also ist das in Ordnung. Oh Gott, ich kann absolut gar nichts, äh, erkennen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jemand ist, der bekannt ist oder so. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Twitch nicht aus. Es tut mir leid. I don't know. Das ist auch Twitch. Naja, okay. So, gegen wen spielen wir denn hier? 94 Stunden. Ja, ich glaube, dafür kann ich den Doktor einfach noch nicht so gut. Ach komm, jetzt nehmen wir mal Mori mit. Das gönne ich mir jetzt aber. Ja, da habe ich jetzt Lust drauf. Ähm. Dafür ist der, äh, ich finde, dafür spiele ich den Doktor einfach noch nicht so gut genug. Ach, das wird noch dauern, bis ich den mal spielen kann. Äh, ich bin ja eher jetzt so auf die Nurse aus und auf die, ähm, auf Anna natürlich. Ähm. Das ist ja schön. Das ist aber ein schönes Mit. Äh, auf die Nurse und auf die Anna. Und, ähm, mal gucken. Aber der Doktor macht Spaß. Ich glaube, wenn ich ihn so ein bisschen, ach, das ist ja wie bei jedem, ähm, Killer, wenn man den ein bisschen mehr spielen würde, dann, dann wäre das schon gut. Dann, ähm, dann könnte man den auch gut spielen. Und, äh, worauf ich auch mal achten muss, ist, dass ich nicht sofort immer drauf haue, oder drauf schlage, wenn die bei mir in der Nähe sind, sondern die erstmal hier ihre Umdrehung machen lasse und dann erst drauf schlage. Das, äh, also ein bisschen Ruhe bewahren. Weil ich hab viel zu oft, äh, ähm, ähm, meinen Schlag versaut. Aber, also, was ich durchaus nicht verstehen kann, ist, wie die da noch über die Palette kamen. Und, also, da hab ich öfter mal das Gefühl gehabt, okay, da hätte ich die jetzt eigentlich haben müssen. Aber hatte ich da nicht. Ähm, das war, das war ein bisschen eklig. Ja, das war ein bisschen eklig. Okay. Ein, äh, neuer Spiel, ein neues Glück. Aber jetzt werde ich hier meinen Mutomori einsetzen. Ja, gut, wie gesagt, also, ich fand jetzt gerade eben, wäre das einfach unnötig gewesen. Oh, krass, Schutzwald. Ähm, das wäre jetzt einfach unnötig gewesen, äh, hier noch, äh, gewesen, noch Mori einzusetzen. Warum soll ich das machen? Die haben mich nicht getebackt. Die haben ganz, also ganz normal gespielt. Der hätte ich einfach besser spielen müssen. Oh, Leute, der ist ja noch reingegangen. Hallo, Mäuschen. Willkommen her, zu mir. Oder ich verwechsel, ähm, oder ich krieg nicht ganz mit, wie... Oh, Leute. Ähm, oder ich krieg nicht ganz mit in diesem, bei dem Doktor, wie sehr sein, ähm, wie weit sein Schlag geht. Also sein Hit. Ähm, ach, komm. Blocken ist scheiße. Blocken ist scheiße, meine Süße. Blocken ist richtig kacke, ah. Ich hasse es. Das, das, das sind zum Beispiel Spiele, die ich... Ist mir scheißegal, dass ich den nicht habe. Und ist mir auch... Ich bleib jetzt hier stehen. Ich hab da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Blocken ist echt ein Haufen Grütze. Ich werde jetzt hier in der Nähe bleiben. Ich hab da überhaupt keine... Wobei, nein, eigentlich... Nein, 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 Moment. Ich weiß was Besseres. Sie soll geholt werden und dann murre ich sie direkt am Anfang. Ja? Ich finde, das hört sich nach einem Deal an. Ich... Ihr wisst ganz genau, wie ich es... Wie ich es einfach hasse, wenn ich geblockt werde. Ich hasse es. Vor allem, wenn ich verspie... Oh, nee, äh. Oh, warte mal hier. Haben wir noch eine Palette weg. Äh. Kaputt zu machen. Ah, guck mal. Da ist jemand... Läuft jemand hin? Oh Gott! 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 Okay, ich muss wieder zurück. Es tut mir sehr leid. Ich muss wieder zurück. Leute, ich... Und es ist mir egal, was jetzt für Kommentare kommen werden. Ohne Witz. Mir ist es einfach Schnuppe. Mir ist es einfach... Mir ist es einfach komplett scheißegal. Wo ist sie? No, ich hab sie verloren. Weil die so dunkel ist. Nooo. Nooo. Boah, wenn ich dich gleich finde. Claudette, echt ohne Witz. Ich... Die können machen, was sie wollen. Ich werd die ganze Zeit hinter dir herlaufen. Was ist mit ihr? Was ist mit ihr? Alles klar. So. Dich nehmen wir da hin. Bitte schön. Und dich, mein Freund. Und dich, mein Freund. Nimm mir dorthin. Guck mal. Da ist auch noch ein Haken für dich. Ja, ich glaub, er ist grad einfach nicht da. Oder er hat, ähm... einen Frozen Screen. Das kann natürlich auch sein. So, wo ist die Claudette? Wo ist die... Nee, dich will ich gar nicht. Ach, guck mal. Ja, er hat einen Disconnect gemacht. Alles klar. Wir wissen, wo die Claudette ist. Alle anderen sind mir vollkommen schnuppe. Ich will die Claudette haben. Da ist die Claudette. Ah. Meine Liebste. Meine Liebste. Oh, komm her, meine Hübsche. So. Oh, ich gönne dir das einfach so hart gerade. Genieß es. Komm, du wirst ja gar eins mit dem Baum. So wie du es wahrscheinlich immer schon haben wolltest. Hm. Boah, das geschieht dir so recht. So. Jetzt kann ich wieder ganz normal spielen. Nein, natürlich spiele ich jetzt normal. Ich... Mir ging's... Mir geht's einfach nur ums Prinzip. Ich... Verstehe nicht, wie man... Leute, hab ich nicht bekommen. Ist das dein Ernst? Oh. 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 Komm her. Komm her, Mäuschen. Lol. Was? Der war doch drauf. Der war doch sowas von drauf. Das war sich... Was? Wie konnte das passieren? Also ich, ähm... Wie konnte ich meine Fähigkeit jetzt nicht, äh... Einsetzen? Was zum Teufel? So. Bitteschön. Okay. Aber ich muss jetzt auch dazu sagen, ähm... Ähm... Das ist jetzt hier nicht so spannend, wie in der Runde davor oder in der Runde davor. Hi. Na? Na? Hallo, meine Hübschen. Komm her. Komm zu mir. Ähm, ich wollte, dass sie ihn befreit. Weil ich jetzt beide gerne Morin möchte. Wobei, nein, komm. Wir machen es ein bisschen spannender. Ich gehe zurück. Und Mori jetzt erstmal sie. Dafür brauche ich allerdings einen schönen Ohr. Ich glaube, ich kann sie doch jetzt Morin, oder? Ich meine... Ja. Hm. Genieße ich, mein Hübsche. Aber das ist schon cool. Den Kille mag ich doch schon sehr gern. Oh, und du zeigst mir, wo du bist. Dankeschön. Das ist ein, äh... Ein Träumchen. Geil, jetzt kann ich ihn auch Morin. Mensch, wirst du, wo der ist? Wenn ich wüsste, wo der ist. Geflüster. Wo ist Geflüster, wenn man Geflüster braucht? Oh, Mann. Ich hoffe, der Typ weiß, dass er die Luke noch nicht, äh, hat. Wo bist du? Wo bist du? Kann es sein, dass er sich nicht heilen kann? Ach, guck mal. Komm, wir ärgern ihn noch mal ein bisschen. Ein paar Punkte. Wir ärgern ihn noch ein bisschen. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja. Ja. Oh, guck mal, der ist sogar noch reingelaufen. Okay, ich glaube, mehr Punkte. Ich kriege keine Punkte mehr. Es macht einfach gerade nur Spaß, dass er für mich schreit. Schrei für mich. Okay, ich glaube, er hat genug geschrien. Ich baue ja nur einen Hit. So. Oh, guck mal, du liegst doch hier schon so schön. Oh, Dankeschön. Und tschüss. Und er schreit trotzdem. Er ist tot und schreit trotzdem. Oh, da ist die Luke. Da ist die Luke. Oh, der bezahlt doch gerade die Luke. Aber er hätte doch noch einen Generator gebraucht. Ach, wer weiß das schon. Wer weiß das schon. Und so, wer ist die Claudette gewesen? Okay. Okay. Gut. 700 Stunden fast. Ja. War jetzt... Ich finde, also auch... Obwohl die letzte Folge, äh, die letzte Folge, die letzte Runde, also vor dieser, jetzt nicht so geil war für mich, hat die trotzdem mehr Spaß gemacht hat als diese. Und die erste sowieso. Die erste hat Bock gemacht. Die erste war... Ich hab Schluck auf, Entschuldigung. Die erste war richtig cool. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich glaube, ja, vier sollte ich jetzt, äh, also vier sollte ich mit meiner Schock-Therapie treffen. Habe ich, denke ich mal, geschafft. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Euch noch einen wunderschönen Abend. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Wieder. Bis dann. Tschüss.